Die Kelten sind in Rom eingefallen, aber nicht um zu plündern oder zu rauben, sondern um zu feiern, und zwar das keltische Frühlingsfest. Dazu schlugen die Besucher aus der Vergangenheit kurzerhand ihr Zeltlager im Freilichtmuseum in Hechingen-Stein auf. Und offensichtlich fühlten sie sich auch gleich wie zu Hause, denn sie machten sich an ihre alltägliche Arbeit und ließen sich dabei ungeniert von den neuzeitlichen Festgästen auf die Füße oder über die Schulter schauen. Ein mancher dürfte ja selbst Hand anlegen und sich einen bleibenden Eindruck vom Leben unserer Vorfahren machen.